VIDEOTEF SISTICHNAL BLUTIGEN VIDEOTEF Ja, gib mir die auf den Satz. Die ich dank meinem guten Freund Thomas dann jetzt endlich mal gekauft habe. Mein Kumpel Thomas, mit dem ich einmal im Jahr mich dann real treffe. Die Entfernung ist halt recht weit leider. Oder ein Stück zu weit, sagen wir mal so. Sonst würden wir ständig aufeinander hocken wahrscheinlich. Und einmal im Jahr treffen wir uns aber, sparen uns ein bisschen Kohle an und fahren dann nach Kiel. Kaufen uns ein paar CDs. Wir gönnen uns einmal im Jahr was. Das kann man ja mal machen. So. Und das macht immer Spaß. Kann ich nie anders sagen. Da freue ich mich jedes Jahr so ein bisschen drauf. Und der hat mir diese Band hier ewig schon empfohlen und auch einige Songs verlinkt. Und das hat mich immer nicht so wirklich gekickt. Es war immer sehr gut qualitativ. Aber so richtig überzeugt, dass ich jetzt sage, boah, das musst du haben. Nee. Das war immer so das Level, ja, das ist sehr geil. Das würde ich mir im Angebot gerne kaufen. Aber da jetzt einen Vollpreis hinlegen, weiß nicht. So, jetzt gibt es das neue Album und zwar von, kommst du woher? Dragony. Viribus Unities. Keine Ahnung. Ja, die Oper Avengers. Oder was ist das hier? Ja, ich habe keine Ahnung. Aber so ein Cover komme ich noch. Hinten drauf komme ich auch noch zu. So. Das Album habe ich halt jetzt reingehört und dachte mir, ja doch, das ist dann doch die Songs, die ich da vorab gehört habe. Ich verlinke sie unten als Videos, haben mich überzeugt. Ich kaufe mir jetzt mal ein Dragony Album. Dann habe ich auch mal was hier im Regal von denen. Und ja, das ist wirklich ein gutes Album. Kann ich nicht anders sagen. In welche Richtung geht das Ganze? Das werde ich auch noch erzählen, wenn es dann zu den einzelnen Songs geht. Erstmal kommen wir zur Hintergrundhistorie. Die Band kommt aus Österreich und machen melodischen Symphonic Power Metal. Und Viribus Unities ist das vierte Studio Album. Also ich habe da jetzt nicht so viel nachzurüsten, im Zweifelsfall. Und setzt sich aus folgenden Members zusammen. Herbert Gloss am Bass seit 2010 von Visions of Atlantis. Ist auch eine Symphonic Band, glaube ich. Symphonic Power Metal. Frederik Brünner am Schlagzeug seit 2010 von Sirens Cry. Die anderen Bands kenne ich nicht. Dann haben wir hier Andreas Poppernitsch an der Gitarre seit 2010. Dann haben wir Siegfried the Dragonslayer Sama am Mikrofon seit 2010. Der war auch bei Visions of Atlantis. An der weiteren Gitarre haben wir hier dann noch Simon Saito seit 2012. Und ebenfalls seit 2012 Keyboarder Manuel Hartleb. Laut Metal Archives ist das das aktuelle Lineup von Dragony. Das dazu. Dann kommen wir jetzt zur Optik. Also mir gefällt das Cover natürlich sehr gut. Ich mag so gezeichnete Cover. Das ist halt mal ein bisschen was anderes. Da jetzt diese Steampunk-artigen Helden zu sehen oder was. Sieht ein bisschen aus wie hier die Liga der außergewöhnlichen Gentleman. Kann das vielleicht irgendwie sein? Ich weiß es nicht genau. Aber es ist gut. Es hat was. Wenn es denn scharf zu sehen ist. Guckt es euch im Internet an. Dann seht ihr es ohne, dass diese scheiß Kamera ständig versagt. So, dann haben wir hier hinten drauf die Songtitel. Gut lesbar. Alles in Ordnung. Und hier nochmal so ein bisschen Skyline. So ein bisschen als Hintergrund. Und dann haben wir hier das Labelprint zeigt einfach das Cover-Motiv und den Schriftzug. Der Band. Der mir übrigens auch gut gefällt. Das Band-Logo. Und dann haben wir hier das Booklet. Weil ein Booklet hat man sich jetzt zu folgendem entschieden. Und zwar Minimalismus. Also wir haben halt ein Hintergrundmotiv und dann einfach in weiß die Lyrics drauf. Aber es ist gut lesbar. Ich hatte kein Problem das zu lesen. Denn die Hintergrundbilder sind eben nicht zu hell. Das ist okay. Aber das war es dann auch. Also hier habt ihr nochmal ein Band-Foto und dann war es das. Hier sind natürlich die Album-Infos und Danksagungen und bla. Und das war es dann. Hier nochmal ein paar Fotos. Okay. Aber ja, ist in Ordnung. Dafür wird man mit einem schönen Eye-Catcher-Cover-Motiv belohnt. Auf das man auch gerne lange schaut. Also beim Hören so. Guckt man sich das immer wieder an. Und dann spunzelst du ein bisschen vor sich hin. Warum gibt es noch keinen Film dazu? Denkt man sich manchmal so ein bisschen. So, okay, gut. So. Ist okay. Also es ist eine leckere Verpackung. Dann kommen wir zum Kern des Ganzen. Zu den Songs. Es beginnt mit On the Blue Danube. Ja, das ist nur ein Intro. Und zwar Johann Strauss. Inklusive Chor. Ja. Blue Danube von Strauss. Blue Danube. Die blaue Danube. Ich weiß nicht, was das heißt. Egal. Dann geht es los mit dem eigentlichen ersten Song. Gods of War. Dazu verlinke ich euch unten ein Video. Da könnt ihr den reinhören. Ist ein schneller, melodischer Symphonic-Banger. Mit klaren Wockels. Der hat eine sehr gute Stimme, der Liedsänger der Band. Und ein strophenhafter Refrain, der mich von der Machart her, also jetzt dieser Refrain von Gods of War, ein ganz bisschen an Orden Ogun erinnert. Von der Umsetzung her. Musikalisch allerdings geht es eher in die Richtung Rhapsody of Fire. Und zwar die besseren, älteren Rhapsody of Fire. Was ich sehr gut finde. Und es gibt ein sehr gut gespieltes Gitarren-Solo. Überhaupt die Solos hier auf dem Album. Ja, das ist schon von einer ordentlichen Qualität. Was ist das für ein Label hier? Ja, Napalm, ne? Dann kommt Love You To Death. Das beginnt erstmal mit so fanfarenartigen Keyboards. Hat mich ein bisschen von der Melodie, hat es mich erinnert an Johnny I Hardly New Year. Daran hat mich das ein bisschen erinnert. Es gibt Strophen im Mid-Tempo und einen strophenhaften Refrain. Der ist okay, der Refrain. Es gibt ein paar schöne Symphonic-Parts und ein gutes Solo. Aber wie gesagt, die Solos sind auf dem ganzen Album gut. Stück Nummer 4 ist dann Magic. Magic geht mehr im Mid-Tempo zu Werke. Teilweise fast leicht AOR-Style, fand ich. Also so ein bisschen diese rockigen Einflüsse. Gefiel mir aber gut. Es gibt einen strophenhaften mit mehr Text versehenen Refrain. Der hat mich jetzt nicht so abgeholt. Der ist irgendwie einfach nur da, der Refrain. Und fertig. Hat mich nicht jetzt mitgerissen. Irgendwie insgesamt gibt es hier auf dem Album eigentlich alles schön. Aber es ist einfach alles nichts Neues. Wenn man sich im Symphonic-Power-Metal-Band so ein bisschen umhört. Ja, man hat alles schon irgendwie ein bisschen gehört, glaubt man manchmal. Deswegen weiß ich Bands zu schätzen wie zum Beispiel, ich hoffe, da kommt ein neues Album, Imperial Age, die so dieses Theatralische haben. Ja, das hat nochmal so eine gewisse eigene Note, falls ihr Imperial Age kennt. Durch diesen Theatralischen, männlichen Liedsänger und die beiden weiblichen Sängerinnen, die dann da wirklich auch noch einen guten Job machen und nicht zu sehr, schon ein bisschen, aber nicht zu sehr in dieses Operettenhafte verfallen. Das hat so eine eigene Note, ich kann es nicht beschreiben. Und das hat mir jetzt hier so ein kleines bisschen bei einigen Songs gefehlt. Nächster Song ist dann Darkness Within, ja, geht's noch? Also bei Darkness Within muss ich wirklich mit dem Kopf schütteln, ja, Thomas. Ja, hast du dir Darkness Within mal genau angehört? Ich meine, du kennst doch Hammerfall. Darkness Within ist ein Stampfer, der ganz klar geklaut ist von At the End of the Rainbow. Ja, ihr kennt die Strophen von At the End of the Rainbow, ja, wo immer am Ende der Strophe kommt immer so ein Chor. Und dann sieht er eine Strophe und am Ende der Strophe kommt wieder Und genau so sind hier Chöre eingebunden, die exakt genauso getimed sind und exakt genauso klingen. Man hat hier ganz, ganz, ganz dreist bei Hammerfall geklaut, bei At the End of the Rainbow. Okay, okay. Es gibt einen Strophenwaffen-Refrain. Auch der hat mich an den Haupt-Refrain von At the End of the Rainbow erinnert. Nicht eins zu eins, wie jetzt dieses Wow Wow, aber hat mich daran erinnert. Ist aber okay. Ich mag ja so Stampfer und hinten raus wird es dann auch ein bisschen schneller. Also Darkness Within oder auch Darkness at the End of the Rainbow. Dann kommt der nächste Song. Da dachte ich erst, jetzt kommt ein Gwar Cover. Jetzt kommt nämlich A-E-I-O-U, also A-I-O. Ja, es gibt da für den ersten Gwar einen Song, der auch so heißt, aber nein. Es heißt in dem Fall übersetzt Austria est Imperare Orbi Universo. Und ist wieder ein pompöses und bombastisches Mittempostück. Und die Strophen, ne, nicht die Strophen, der strophenhafte Refrain, ja, der hat mich auch wieder nicht so abgeholt. Es gibt aber einen Gastsänger, nämlich den Georg Neuhauser von Serenity und den War Kings. Ja, und du hörst sofort raus, wenn der singt. Und das ist das, was ich meine, wenn ich jetzt nochmal ganz kurz zurückgehen darf, zu meinem letzten Review, was ich hier vorgedreht habe, Warrior Path. Ja, wenn du eine Stimme hast, die ertönt und du sagst dir, das ist doch der von den War Kings und von Serenity. Und dann guckst du nach und ach, guck, er ist es tatsächlich. Dann hast du eine memorable Stimme im Heavy-Power-Metal-Bereich. Und das hat der von Lost Horizon und jetzt eben Warrior Path leider nicht, finde ich, ja. Jedenfalls nicht auf dem Level, auf dem sich das jetzt hier bewegt, ne. Gut, der nächste Song ist dann der Titeltrack. Viribus, Unitis, ist ein hymnisch-symphonisches Stück, alles im Midtempo, teils ein bisschen galoppierende Rhythmen. Schöner Refrain, in dem Fall tatsächlich, ist ein guter Titeltrack, ja. Dann kommt Golden Dawn, beginnt erstmal so ein bisschen mit Snares und Bagpipes, das gefiel mir ziemlich gut. Dann geht's rüber in Midtempo, Symphonik-Metal, schöne Strophen und ein ausufernder Strophen-Refrain mit viel Text versehen. Da muss ich wirklich sagen, da hatte ich den ähnlichen Effekt wie bei Rhapsody of Fire mit dem Song The Way to Ainur, ja. Wo du irgendwie gefühlt drei Minuten lang nur einen einzigen Refrain hast, der aus Text besteht. Dann musst du jetzt erstmal irgendwie drei Jahre studieren, dann hast du den auswendig drauf. Übertrieben gesagt natürlich, aber ähnlich lang ist der Refrain von Golden Dawn. Das war mir echt ein bisschen too much, ja. Den werde ich wahrscheinlich niemals auswendig lernen, weil so sehr reißt er mich dann auch nicht mit. Er ist gut, keine Frage, aber ja gut. Dann kommt für mich persönlich mit meinem beschränkten, stumpfen Dully-Geschmack das Highlight des Albums, nämlich Made of Metal, Cyberpunk Joseph, ja. Das ist einfach ein geiler Mid-Tempo-Stampfer mit AOR-Einflüssen. Sehr, sehr eingängig und auch mit einem tollen, simplen, mehrstimmigen Refrain. Für mich das Highlight des Albums, ohne Schreis. Made of Metal, Cyberpunk Jesus. So, dann kommt Stück Nummer 10, Battle Royale. Fand ich auch geil. Ist ein schön melodisch galoppierender Song. Galoppierendes Mid-Tempo, wogemerkt. Und hat auch wieder einen langen, strophenhaften Refrain. Der hat aber eine sehr gute Hook, die einen echt abholt, ja. Am Ende dieses... Ja, wann kommt denn mal der Part, wo ich mitsingen kann? Ganz am Ende kommt halt eben Battle Royale. Und das kannst du dir merken und da kannst du dann spätestens einsteigen. Ja, ihr kennt den Mr. Bean-Sketch in der Kirche, wo er Halleluja mitsingt. Und die ganze Zeit so... Da kommt das Halleluja, Halleluja. So sitze ich da bei Battle Royale, ja. So. Und es gibt hinten raus auch noch eine sehr hymnisch umgesetzte Choral Bridge mit mehreren Chören drin und so. Ist auch nochmal ganz schön. Also auch ein besserer Song, ganz klar. Dann kommt Legends Never Die. Dazu verlinke ich euch heute ein Video. Beginnt direkt im Intro mit dem Refrain oder mit dem Refrain-Part. Dazu kommen dann cheesy 80er-Style-Keyboards. Fand ich aber gut, ja. Dann hat der Song einen treibenden Beat und der Refrain kommt ein bisschen wie eine bessere Beast-in-Black-Nummer rüber. Ja, so ein Song wie Legends Never Die hätte ich mir auf der neuen Beast-in-Black gewünscht. Ja. Hat dann hinten auch nochmal eine stampfende Bridge mit Hail, Hail Chören. Das hat mir auch gut gefallen. Und das Keyboard bekommt dann auch noch ein kleines Solo. Ne? Keyboard-Solo. Also gutes Ding auch wieder. Und dann kommt der Rausschmeißer. Haben Sie Wien schon bei Nacht gesehen? Ein Reinhard-Fendrich-Metal-Cover. Ja. Ist einfach gecovert als rockiges Mid-Tempostück. Betonung auf rockig. Weniger Power-Metal-Einfluss. Kommt aber ganz witzig. Ja. Haben Sie Wien schon bei Nacht gesehen? Ja. Okay. Okay. Kann man machen. Das ist ein witziges Gimmick zum Abschluss des Albums. Finde ich. Ist in Ordnung. Ja. Also Dragony mit Viribus oder wie auch immer. Omnibus. Urines. Keine Ahnung. Fand ich gut. Ist ein gutes Symphonic-Metal-Album. Viele Chöre. Viel Bombast. Viel Symphonic-Kram. Und kann man sich gut gehen, wenn man sowas mag. Ganz so einfach. Und hat auch einige Songs, die auch so ein Einstellungsmerkmal haben, dass du die auch einzeln rausnommen. Einfach mal einen Song rauspicken und anhören kannst. Ohne, dass du jetzt irgendwie die anderen brauchst, weil es eine Gesamtstimmung erzeugt. Oder irgendein so ein Quatsch. Was ich aber auch mag, wenn ich da Bock drauf hab. Ja. Also ist in Ordnung. Ich denke mal, ich werde vielleicht nochmal wieder zugreifen, wenn ein weiteres Album kommt. Ich weiß aber noch nicht. Ich höre da dann auch erstmal wieder rein. Gut. Das war's. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch viel Spaß bei was auch immer ihr als nächstes schaut. Und bis zum nächsten Mal sage ich natürlich wie immer. Farewell.